Hi und herzlich willkommen bei PhysioInsights. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute in dem Video möchte ich dir drei Übungen zeigen, mit denen du die Muskeln um deinen Knöchel rum stärken und sozusagen dann deinen Knöchel stabilisieren kannst. Für diese drei Übungen brauchst du gar nicht viel. Du brauchst eine Stufe und ein Loopband. Wenn du kein Loopband hast, dann schau unten in der Infobox nach. Da habe ich dir die Loopbänder verlinkt, mit der ich auch in meiner Praxis arbeite. Alternativ geht auch ein Teraband, wenn du da einen Knoten drauf machst. Wichtig ist, dass du unterschiedliche Stärken hast, damit du auch immer wieder steigern kannst oder aber auch auf deinem Niveau wirklich anfangen kannst. Warum ist es überhaupt wichtig, dass du es machst? Das haben wir bereits in einem anderen Video erklärt. Wenn du das noch nicht weißt, welchen Einfluss, positiven Einfluss Krafttraining für deinen Knöchel und für die Wahrnehmung in deinem Knöchel hat, dann schau dir unbedingt das Video dazu an. Findest du in der Playlist zum Sprunggelenk, auch unten in der Infobox verlinkt. Also, beginnen wir mit den Übungen. Die erste Übung ist das klassische Wadenheben. Das klassische Wadenheben, das machst du bitte, wenn möglich, einbeinig. Wenn du es nicht einbeinig machen kannst, weil du zum Beispiel Schmerzen hast oder aber, weil es einfach zu schwierig ist, dann kannst du es beinbeinig machen. Geht es aber, dann am besten direkt einbeinig starten. Du brauchst dafür eine Treppenstufe. Du steigst auf die Treppenstufe hoch und lässt deine Ferse so weit absenken, wie es nun geht. Es kann auch jetzt ein bisschen hinten in der Wade ziehen oder in der Achillessehne, je nachdem, ob du gestreckt oder gebeugt mit in dem Knie bist. Und jetzt drückst du dich mit der Kraft der Wadenmuskulatur auf die Zehenspitzen hoch. So weit wie du kannst, ganz wichtig, so weit wie du kannst und senkst deinen Körper dann wieder ganz langsam ab. Also die Ferse geht wieder runter zum Boden. Und das Ganze machst du so häufig wie du kannst und zwar drei Runden lang so häufig wie du kannst. Und das Ziel ist, dass du es einbeinig mehr als 20 Mal am Stück schaffst. Das ist eigentlich so der Referenzwert, was man haben sollte. Kommen wir also auch schon zur zweiten Übung. Damit stärkst du den Muskel vorne an deinem Schienbein. Und dazu setzt du dich am besten einfach auf den Boden und befestigst das Loopband an einem schweren Gegenstand. Das kann zum Beispiel ein Bett sein oder aber ein schwerer Tisch oder du kannst in der Tür einklemmen. Couch geht auch, wie du bei mir zum Beispiel siehst. Gehe mit beiden Füßen in das Band und schaue, dass bei gestreckten Füßen, also wenn die Zehenspitzen so weit wie möglich von dir weg sind, bereits Spannung auf dem Band ist. Und nun ziehst du die Zehenspitzen zu dir her. Du kannst das Ganze einbeinig oder beidbeinig machen. Das einbeinig hilft dir, um herauszufinden, ob du einen Unterschied zwischen links und rechts hast. Das wäre gut möglich, zum Beispiel nach einem Bänderriss. Könnte also hilfreich sein, musst du aber nicht unbedingt. Du ziehst die Zehenspitzen zu dir her, lässt sie wieder locker, ziehst wieder her, lässt wieder locker. Ich habe die Bänder, wie gesagt, die ich benutze, unten in der Infobox verlinkt. Für die dritte Übung brauchst du wieder ein Band und zwar trainierst du jetzt die Außenmuskulatur, die sozusagen das Umknicken verhindert, beziehungsweise entgegenwirkt. Und von der Übung her ist es eigentlich genau das gleiche wie vorher, nur dass du die Außenkante verstärkt nach oben ziehst und beim Nachlassen den Fuß leicht nach innen abknickst und dann wieder verstärkt nach oben ziehst. Und das Ganze machst du auch wieder 3x15 am besten. Wenn das Band zu stark ist, kannst du auch mit 3x10 anfangen, aber steigere immer. Am besten jede Woche um zwei Wiederholungen steigern. Das waren also unsere drei Übungen zur Stabilisierung von deinem Knöchel. Und denk dran, immer über das volle Bewegungsausmaß zu trainieren. Das ist nämlich auch ein wichtiger Faktor zur Vorbeugung von Verletzungen. Dazu musst du aber das volle Bewegungsausmaß haben. Falls du merkst, du hast einen Unterschied oder falls du gar nicht weißt, wie das geht, dann schau in die Playlist. Bei Tests vom Sprunggelenk haben wir das unten auch in der Infobox verlinkt, wie du das testen kannst und vor allem ganz wichtig, wir haben dir ein Video in dieser Playlist, in der wir zeigen, wie du die Beweglichkeit in deinem Sprunggelenk ziemlich gut verbessern kannst. Wenn du es noch nicht angeschaut hast, dann schau dir das unbedingt an. Schön, dass du dabei warst und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Physio Insight. Ciao.